Jeder Makler behauptet von sich, dass sein Verkaufsprozess gut ist. Und der Verkauf ist ja die eigentliche Delivery, also die Lieferung der Leistung, okay? Was, glaubt ihr, ist der nachhaltigste Multiplikator für mehr Umsatz? Oft, gerade bei Immobilienmaklern oder immer, macht es Sinn. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen anderem Format. Ich sitze hier mit dem Wendelin zusammen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Branding sprechen. Okay. Weil du, ich meine, wir haben beide die gleiche Zielgruppe, spezifisch Makler. Richtig. Ihren Bereich der Kurzvideos, organischen Reichweitenaufbau, vor allem eine Person mit der Marke zu verbinden. Wir natürlich als Bosbach Consulting, als Beratungsunternehmen speziell für Immobilienmakler. Wie wichtig ist es für die Branche, für Immobilienmakler, eine Marke aufzubauen? Und ich würde sagen, lass uns heute vielleicht mal so den einen oder anderen Tipp teilen, aber natürlich auch mal allgemein einfach über das Thema Marketing und auch Vertrieb gerne sprechen. Ja, finde ich ein gutes Thema, weil das ist ja auch so, was uns verknüpft. Du hast schon gesagt, die Zielgruppe, das ganze Thema. Wir sind ja da sehr eng verschweißt auch in der Zusammenarbeit. Und was beim Thema Branding, gerade bei Immobilienmakler, ja das Spannende ist, ist doch der Part, also es gibt viele Sachen, aber ich finde auch da den Part, der Service, den der Makler macht oder die Leistung, die der Makler macht, ist im Endeffekt für einen Außenstehenden, der keine Ahnung hat, für einen Laien. Dann, okay, ich will mein Haus verkaufen, Immobilienmakler, die machen doch alles gleiche, die müssen mein Haus verkaufen. Und da ist Branding ja ein zentrales Element, wie ich mich abheben kann. Klar, den Service, den ich mache, aber den muss ich irgendwie kommunizieren oder die Art und Weise, wie ich bin, ist vielleicht cool, aber das muss ich ja irgendwie präsentieren. Und das ist halt eben Branding, nicht nur durch Kurzvideos, durch alles, aber gerade auch durch Kurzvideos heute der way to go. Maximal. Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte eben noch einen Call gemacht, wo es genau um dieses Thema ging, wo ich gesagt habe, hey, schaut mal, oder ich habe eine Frage gestellt. Ich habe gefragt, was, glaubt ihr, ist der nachhaltigste Multiplikator für mehr Umsatz? Was war die Antwort? Die Antwort waren natürlich alle erstmal nicht die richtigen, sondern worauf ich hinaus wollte bei dieser Frage ist, dass Leistung, deine Dienstleistung, ja, der nachhaltigste Multiplikator ist. Und wie du da richtig gesagt hast, kannst du dich da unfassbar krass abheben von der Masse, weil du wirst ja immer irgendwo verglichen, okay? Und wenn jetzt eine Person eine Immobilie kaufen möchte, dann stellt er ja nicht eine Anfrage, sondern dann macht er sehr viele Anfragen, führt sehr viele Besichtigungen durch und so weiter. Und vergleichen ist ja nicht immer nur eine bewusste Sache. Viel passiert ja auch unterbewusst. Weil das Unterbewusstsein nimmt ja auch sehr, sehr viel wahr. Und der eine Makler hat die Wirkung und der andere Makler hat die Wirkung. Finde ich, das ist ein sehr geiler Punkt. Du hast dein Service, das, was du machst. Natürlich, das ist das Allerentscheidendste, dass deine Leistung geil ist am Ende des Tages, dass deine Kunden happy sind, dass du geile Testimonials hast und dass du den Leuten wirklich hilfst und nicht irgendeine Scheiße verkaufst. Aber dann gibt es ja wiederum die, und da können vielleicht viele Makler sich damit identifizieren, dass man sagt, man weiß eigentlich, dass der keine so gute Leistung macht, aber der hat trotzdem mehr Umsatz oder der hat trotzdem mehr Anziehungskraft. Die Leute kommen trotzdem zu dem. Und das ist halt dann ganz oft der Grund, dass man sagt, okay, der hat halt vielleicht eine Leistung, die nicht deinen Qualitätsansprüchen entspricht. Der hat vielleicht Kunden, wo du weißt, sehr viele sind unzufrieden. Aber wenn der halt eben entsprechend in sein Branding, in sein Marketing investiert hat, zieht er dadurch eben Leute an. 100 Prozent. Aber wobei ich jetzt auch sagen muss, jeder Makler behauptet von sich, dass sein Verkaufsprozess gut ist. Und der Verkauf ist ja die eigentliche Delivery, also die Lieferung der Leistung, okay? Das behauptet erstmal prinzipiell jeder von sich, wobei ich mit sehr, also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass egal, wo ein Makler steht, wir immer noch was rausholen konnten in der Wirkung, in der Besonderheit von den Abläufen, von den Prozessen, die ja wiederum deine Brand, deine Marke, die du ja bist, ob du willst oder nicht, anders wirken lässt, besonderer wirken lässt. Richtig. So ist das. Okay, aber jetzt mal abgesehen von der Dienstleistung, Verkaufsprozess und so weiter. Worauf kommt es an, wenn man eine gute, erfolgreiche und auch kommunizierende Marke aufbauen will? Bei Marke ist schon, finde ich, das Wort, also was für eine Marke und oft gerade bei Immobilienmaklern oder immer macht es Sinn, das als Personenmarke zu machen und sich frei oder in Verbindung mit dem Unternehmen nach außen zu präsentieren. Aber der Hauptfokus muss dein Gesicht sein, muss du sein, der das Ganze nach außen trägt, muss quasi das Team auch dann hinter dir irgendwann sein, damit Leute nicht zu einem Logo irgendeine Identifikation aufbauen sollen oder eine Bindung, sondern zu dir als Person. Und gerade in deiner Region, weil das hat ja so eine hohe Wirkung, dann gehst du, gerade als Immobilienmakler ist das ja, du bist dann unterwegs im Geschäft, du wirst erkannt, die Leute haben dich schon offline gesehen, die Leute haben dich dann online gesehen, da gehen wir gleich drauf ein. Und dann hast du so viele Touchpoints geschafft als Personenmarke. Also das ist für mich das Erste so, okay, du musst als Personenmarke nach außen gehen und sagen, ich will als Person da wirklich rausgehen und den Leuten zeigen, wer ich bin, was ich für eine Dienstleistung mache und wie ich wirklich helfen kann, ja. Okay, wie wichtig ist, also du hast gerade ein paar Sachen auch zwischen den Zeilen angesprochen, wo ich gleich ein bisschen was zu sagen will, aber wie wichtig ist, ist das Thema Wiederholung und Schlagzahl bei diesen Dingen? Das kann ich jetzt, wenn ich das im Bereich Kurzvideos zum Beispiel mal sagen kann, das ist, das Allerwichtigste ist immer weiterzumachen, wenn man Kurzvideos hat. Man hat eine Schlagzahl, man macht zum Beispiel Kurzvideos und fängt damit selbst an und denkt sich so, okay, ich mache jetzt mal so zehn Videos und dann habe ich vielleicht für einen Monat oder ich habe vielleicht für so zwei Monate Content und poste dann ein Video die Woche oder zwei oder so. Aber geht sehr schnell unter in dieser Masse an Content von Leuten, die besseren Content machen und öfter, das heißt, die deine Leute, deine Zielgruppe öfter und besser bespielen als du und das ist Schlagzahl ein super, super wichtiges Thema. Ja, safe, darauf wollte ich auch hinaus, das gilt nicht nur für Kurzvideos, eigentlich alles, was du machst an Aktivitäten, an Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dich bekannter zu machen, sind in der Wiederholung unfassbar wichtig. Also ein Mensch muss immer wieder in bestimmten Abständen daran erinnert werden, warum es sinnvoll ist, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit dir Kontakt aufzunehmen, weil das ist so ein klassischer Fehler, den wir ja sehr oft beobachten, auch sehr oft in unseren Beratungsgesprächen, dass Makler Dinge anfangen. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Flyeraktion, es wird eine, man kann es nicht mal Aktion nennen, es wird ein Flyer ein paar tausend Mal verteilt und dann wird gewartet, wie das läuft. Ganz ehrlich, das hat nichts mit Bekanntmachen, das hat nichts mit Marketing zu tun, 0,0 Prozent. Man muss sich das eigentlich vorstellen, weil du hast ja eben das so zwischen den Zeilen, das Wort Touchpoint erwähnt. Ja, genau. Touchpoint ist ja am Ende ein Berührungspunkt, ja. Ich mach das mal ein bisschen bildlicher. Stell dir mal vor, du bist Spider-Man, okay? Stell dir mal vor, du bist Spider-Man und du hast jetzt das Ziel, deine Region, wo du bist, sagen wir jetzt einfach mal, du wohnst in Buxtehude, keine Ahnung, egal wo, du bist Buxtehude und du als Spider-Man fliegst durch die Luft, okay, und willst jetzt das Spinnennetz einmal über Buxtehude schmeißen. Ja, ganz Buxtehude vereint. Ganz Buxtehude, dann braucht ja dieses Spinnennetz, um halten zu können, um über der Stadt halten zu können, braucht es ja verschiedene Punkte, wo es klebt. Geiler Vergleich, ich mach weiter. Weißt du, so bildlich, so jetzt einfach mal für die Leute, ja. So verschiedene Punkte, wo dieses Spinnennetz klebt. Und zwar, gut, da müssten wir jetzt von dem bildlichen Vergleich ein bisschen wegkommen und wieder in die Realität kommen und zwar immer und immer und immer wieder. Weil dieses Spinnennetz, das wird nicht von jetzt auf gleich gewoben. Das ist ein Prozess, okay? Und der bezieht sich auf so viele Dinge, also regional, offline, am Standort, ja. Also die Präsenz am Standort ist super entscheidend, um überhaupt online darauf aufbauen zu können. Ja. Und so weiter. Und da gibt es so viele diverse Wege, Strategien und Maßnahmen, die man machen kann über einen längeren Zeitraum, die dann am Ende dieses Spinnennetz weben, was du brauchst, um deinen Standort einzunehmen. Du hast gerade einen Punkt gesagt, über einen längeren Zeitraum. Und das ist aber das, wo man ja ganz, ganz oft scheitert, über einen längeren Zeitraum, weil man es nicht durchzieht, weil man es eben nicht macht, weil man sagt, okay, eine Aktion, ich habe jetzt Geld in die Hand genommen, das hat mir keine direkten Return on Invest gebracht, worauf man ja auch direkt will, schalte ich ab, hat nichts gebracht. Ja, aber weißt du, warum das so ist? Weil es werden die falschen Schlüsse gezogen. Ja, genau. Das ist ja so, ich hatte letztens jetzt einen Podcast mit meinem Vater darüber. Ich glaube, da hat er es auch mal erwähnt. Das ist so wie, du hast einen Taschenrechner. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, okay. Und die 7, die klemmt. Die Zahl geht, die Taste geht nicht mehr hoch. Ja, der ist gar nicht da. Und du willst jetzt eine Rechenaufgabe eingeben und die Taste funktioniert nicht. Was kommt raus? Eine falsche Berechnung. Ja. So. Genauso ist das bei diesen Dingen. Wenn du eine Flyersache machst, wie gesagt, einmal flyerst, es kommt nichts zurück und daraus die Berechnung erstellst, Flyer funktionieren nicht. Ja. Dann ist das ja dein Mistake, dein Fault, weil du hast dich nicht mit der Materie auseinandergesetzt, bla, bla, bla. Richtig. Das andere Thema, warte ganz kurz, das andere Thema ist, es wird vielleicht auch nicht durchgezogen wegen Kosten. Es kostet ja alles auch Geld. Und da muss man dann wieder hinterfragen, okay, welche Prozesse hat denn dein Unternehmen intern, was überhaupt auch in der Lage ist, vertrieblich erfolgsorientiert zu agieren. Weil alle diese Maßnahmen kannst du auch so machen, dass sie aufeinander aufbauen vom finanziellen Aspekt her. Und es gibt genug Dinge, die man machen kann, wenn man weiß, wie man sie machen muss, das wie ist sehr entscheidend, die auch ohne Kosten verbunden sind und trotzdem Umsatz bringen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, auch ein guter Tipp, lass mich da mal näher drauf eingehen, weil du hast es jetzt angesprochen, aber für viele ist das noch nicht greifbar, was du jetzt gesagt hast. Du hast im Endeffekt gesagt, okay, Aktionen, die aufeinander aufbauen, so wie ich das verstanden habe, sich gegenseitig befruchten, dass man weiß, okay, die eine Aktion bringt mir Umsatz, dann kann man die nächste machen, die Umsatz bringt. Aber wenn jetzt jemand eine Aktion gemacht hat, die nicht erfolgreich war, woher weiß er denn überhaupt, was er jetzt starten soll zum Beispiel? Okay, was ist eine Aktion, mit der ich starten kann, wo ich weiß, geringer Mitteleinsatz in Form von Geld, aber ich kann hinten raus direkt mal was erwarten oder ich sehe Erfolge für mich selbst. Weil das ist ja so, auch wo man dann aufhört. Ja, also es gibt natürlich schon so Key-Ankerpunkte. Ich kann jetzt natürlich nicht in der Tiefe alles verraten, weil dann sollen die Leute unser Coaching kaufen und Kunde werden, weil da lernen die das alles. Ja, aber mir geht es um so ein Nugget. So ein Nugget, also es gibt natürlich Ankerpunkte, die du werfen kannst. Erstens, was, wenn wir mal rein Effizienz beurteilen, okay, was ist der kürzeste Weg zum Umsatz? Und das sind Leute, die im Markt sind, das heißt, die schon Verkaufsentscheidungen getroffen haben, okay? So, weil da brauche ich nicht mehr diese Reise, diese Marketingreise und diese Maßnahmen, die die Leute erstmal dabei begleiten müssen, überhaupt diese Entscheidung zu treffen, bla bla bla, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Also das ist ja erstmal der effizienteste Weg. Und im Markt Leute anzusprechen, wie man das macht, sage ich jetzt nicht. Wie gesagt, da könnt ihr euch gerne eintragen bei uns, dann werdet ihr darüber sehr viel mehr erfahren, aber im Markt ist der kürzeste Weg zum Umsatz. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Ein zweiter Nugget ist, Flyer und Print sind in erster Instanz mal die Dinge, die die größten Ankerpunkte darstellen, okay? Die auch am größten Impact haben. Interessant, ja. Ja, lustig ist auch tatsächlich für alle Leute, die hier zuschauen, ich hatte gestern ein Telefonat mit einer der führenden Marketingagenturen auch für Immobilienmakler im deutschsprachigen Raum und die haben mir das bestätigt. Also jeder, der Ahnung von der Branche hat, weiß eigentlich in der Tiefe, dass das die Ankerpunkte sind und eigentlich alles andere auf dieser regionalen Präsenz aufbaut. Sehr interessant, sehr geiles Learning. Ich denke, da ist jetzt viel dabei für den einen oder anderen und gerade auch das Thema, das was du im ersten Punkt gesagt hast, ist doch nichts anderes als, das kann man ja auf jede Branche so abmünzen, aber bei dir spezifisch oder bei euch spezifisch, man hat, man holt die Leute schon da ab, wenn man am Anfang steht und auch noch keine Bekanntheit hat, wo sie halt eben schon heiß sind, wo sie schon warm sind, wo ich nicht super viel und super lange die Zeit rein investieren muss, um aus kalt warm zu machen und dann heiß. Also das ist vielleicht auch eine gute Erkenntnis. Ja, ich muss halt einfach nur wissen, wie ich es dann am Ende auch ausführen muss, weil zu wissen, dass das intelligent ist, da können viele andere auch drauf kommen, aber jetzt zu wissen, wie es im Detail umgesetzt werden muss, dass es auch funktioniert, das ist jetzt natürlich mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Ideen, mit sehr viel Testing verbunden und das ist natürlich ein Prozess, der kann auch lange dauern. Ja, dafür gibt es natürlich Abkürzungen, ja, aber das kann halt lange dauern, es kann aber auch schnell gehen. Es hat halt auch natürlich mit dem Skillset der Leute zu tun, also was für ein vertriebliches marketingtechnisches Know-how ist einfach schon vorhanden. Und das hat auch Einfluss. Das leitet mich gut über zum nächsten Punkt und zwar, was wichtig ist, um eine Marke aufzubauen, gerade auch, du hast gesagt, Stichwort, jeder hat ein anderes Skillset, jeder hat einen anderen Start, jeder hat eine andere Persönlichkeit, ein anderes Charisma, eine andere Ausstrahlung und das eben durch die Marke, durch die Personenmarke nach außen zu kommunizieren, ob es jetzt online oder offline ist im ersten Schritt, ist egal, aber dieses, okay, was ist denn die Persönlichkeit der Marke und welche Personen können sich damit identifizieren, also wer aus meiner Zielgruppe oder wer ist überhaupt meine Zielgruppe, ist es komplett so wie ich bin, dann bin ich vielleicht privat anders als beruflich, wie sollen die Leute sich mit mir orientieren, wer kauft höchstens bei mir Immobilien, die eigene Datenlage mal checken und dann gucken, wie möchte man die Leute ansprechen, um halt eben eine gewisse Wahrnehmung zu erzielen, also das ist dieses Zielgruppenverständnis nochmal viel, viel stärker aufzubauen. Ja, wobei, da will ich auch noch ein, zwei Nuggets vielleicht zu geben, also ein großer Fehler, den ich immer wieder oder den wir immer wieder beobachten, also ich rede, wenn ich wir oder ich sage, reden wir natürlich von unseren Erfahrungs- und Referenzwerten aus über 35 Jahren und natürlich primär auch aus den letzten Jahren, Beratungsgeschäft, speziell von Immobilienmaklern, ist der Punkt, dass die meisten natürlich versuchen, jedem zu gefallen, also den ganzen Markt anzusprechen. Merke ich auch, ja, als Kurze, merken wir das ja auch, das Thema will ich nicht behandeln, das ist ein bisschen polarisierend, da kann ich negative Kritik dafür ernten. Genau, da ist einfach schon mal wichtig zu verstehen, am Ende des Tages gibt es drei Optionen. Die Menschen hassen dich, die Menschen lieben dich oder du bist denen komplett egal. Es gibt eigentlich nur die drei Optionen. Und jeder hat auch jede Art von Mensch, die er anspricht. Also wir haben Menschen, die können uns nicht leiden. So, muss ich das jetzt nachvollziehen? Auf gar keinen Fall. Aber es ist halt so. Es ist ein Fakt. Ja? Genauso gut gibt es auch Menschen, denen sind wir egal. Es gibt auch Menschen, die feiern uns einfach, die finden uns cool, weil die merken, okay, da ist was dahinter. Und ich finde auch, das ist zwar, das könnte man jetzt als Learning sagen, aber kurzer Einwurf, ich finde auch, das ist, das zeigt, dass man für etwas steht und das zeigt auch, dass man jemand ist, wenn man Leute hat, die einen nicht mögen, die einen mögen und denen man egal ist. Ja gut, das ist ja klar, weil Hate oder Neid kommt ja immer von unten nach oben. Wichtig. Und nie von oben nach unten, weil meinst du jetzt, ein Richard Branson oder ein Elon Musk würde jetzt unter irgendeine Instagram-Werbung von uns kommen, würden jetzt da drunter kommentieren und sagen, ihr könnt euch die Scheiße stecken oder so. Ja, ja. Da haben die gar keinen Fokus drauf. Aber die Leute, die unter irgendwelche Beiträge, ob von uns oder von anderen schreiben, sind genau die Leute, die es triggert, weil sie selber nichts geschliffen bekommen. Punkt. Ja, da stelle ich mir auch manchmal die Frage, ich sehe das ja auch, diese Insight, das sind ja wirklich dann auch Selbstständige oder Unternehmer, die dann kommentieren, ach was ein Scheißgelaber. Vor allem auf welcher Basis wird das beurteilt, weißt du? Wir haben ja nie mit uns zusammengearbeitet. Diese Zeit, alleine diese Energie zu sagen, ich stecke diese Energie rein, um jetzt so einen Kommentar zu verfassen, der feindlich gegenüber jemand anderem ist, was öffentlich ist. Da merkst du schon, wie viel emotional so Energie da drauf steckt. Negative Energie. Richtig. Aber ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Aber ich finde, was man daraus für sich lernen kann, wenn man sich vielleicht nicht traut, ist, dass es immer so Menschen geben wird. Aber das liegt einfach daran, dass Menschen einfach auf verschiedenen Leveln agieren. Ja, genau. Und es führt ja keinen Weg dran vorbei, das zu machen. Wenn du sagst, du willst ein erfolgreiches Business aufbauen, musst du das früher oder später machen. Und dann muss man die Sache einfach verstehen, dass es immer Menschen geben wird, die irgendeine dumme Scheiße, muss man einfach so sagen, im Internet reden. Absolut richtig. Deswegen ist dieses Thema, wie will ich wirken und so weiter, natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil ich will ja schon einen Markt für mich kreieren oder schaffen, der ich bin, mit dem ich mich identifiziere. Aber gerade am Anfang kann einen das auch lähmen, wenn man auch da wieder die falschen Schlüsse zieht, indem man sich nur damit beschäftigt und sich total verkopft in der Sache und sich total viele Gedanken darüber macht, dass man gar nicht erst aktiv wird. Weißt du, wie ich meine? Man kann natürlich auch zu perfektionistisch rangehen und sagen, ich muss jetzt jedes kleinste Detail meiner Zielgruppe verstehen. Was ich damit aber mitgeben will, man braucht ein Verständnis dafür, dass man wirkt. Vielleicht formulierst du, dass man überhaupt wirkt, das zu verstehen, man wirkt in dem Moment. Auf andere quasi. Aber ist die Ursache dafür, dass man jetzt quasi nach außen sozusagen auf andere Menschen wirkt? 100 Prozent. Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig und am Ende, das ist auch noch was, was ich dazu sagen will. Viele Makler beobachte ich auch dabei, weil sie es mir auch sagen, dass so ein Dorn am Auge ist, so der alteingesetzene Platzhirsch und so weiter. Oder dass man, das ist halt sehr oft so dieser Fokus so, ja wie kann der überhaupt noch so erfolgreich sein, bla bla bla. Auch Konkurrenz ist eine Sache, die ist ja gut. Konkurrenz ja, es gibt, also Konkurrenz kann nicht schaden, weil jeder hat seinen Markt und 100 Prozent des Marktes, kann es, ist unmöglich. Ja, kann es nicht. Auch Apple hat nicht 100 Prozent des Marktes. Ja, richtig. Es gibt ein Samsung, ein Huawei, jeder, also jeder, für jeden ist irgendwo ein Platz. Der eine hat halt den individuellen Skill, seinen Platz größer zu machen. Und darum geht es eigentlich am Ende des Tages. Die Fähigkeit, den individuellen Skill und die richtige Umsetzung, die richtige Ausführung, um seinen Platz in diesem Markt größer zu machen. Sehr gut gesagt. Weißt du, wie ich meine? Im Endeffekt, man kann alle möglichen Bilder, sich ein größeres Stück vom Kuchen abschneiden, alles Mögliche, dass man quasi einfach mit dem, was man hat, da noch mehr rausholt. Ja, alles klar. Ich würde sagen, für heute machen wir einen Haken hinter, weil wir wollen ja noch ein paar geile Sachen, obwohl wir können eigentlich immer weiter geile Sachen hier erzählen. Nein, aber geile Folge, glaube ich. Ja, war gut. Sehr interessant. Also Marketing für Immobilienmakler, Branding und so weiter. Für die Leute, die da auch zwischen den Zeilen lesen können, war da mit Sicherheit heute was dabei. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, abonnieren, teilen alles, was dazugehört. Und in dem Sinne, auf geht's. Ciao. – Ciao. Ciao. – Ciao. Vielen Dank.